Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man so ein Treppenschutzgitter anbringen kann, ohne bohren zu müssen und somit zum Beispiel auch das Haug-Türschutzgitter richtig montieren kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Ganze funktioniert natürlich bei anderen Herstellern relativ ähnlich und zuerst einmal sollten wir uns am besten alles auf den Boden legen, so wie wir es am Ende auch benötigen. Und dann können wir nämlich auch schon unsere Verlängerung auf der richtigen Seite dementsprechend anbringen. Ich möchte das Ganze auf der linken Seite hier machen, weswegen ich erst einmal diese speziellen Verlängerungsstifte hier auf der Seite ganz einfach reindrücken muss. Und dann kann ich nämlich auch schon meine Verlängerung mal, wie gesagt, von beiden Seiten einfach zusammenstecken. Im nächsten Schritt kann ich auch schon alle vier Druckschrauben mal von der Seite in das Treppengitter hineingeben. Und ich kann das Türgitter schon grob an die gewünschte Stelle stellen und danach mal alle vier Druckschrauben etwa gleich anziehen, dass mein Türschutzgitter hier auch schon leicht drinnen hält. Hierfür ziehe ich meine Druckschraube schon mal etwas gegen die gewünschte Stelle zum Klemmen und dann kann ich nämlich hier diese Beilagscheibe bzw. Mutter einfach schon etwas drehen. Und somit drückt sich das Ganze jetzt nämlich immer weiter nach außen. Falls vorhanden, sollten wir noch den Kabelbinder auf jeden Fall öffnen. Und dann geht es mal darum, dass wir noch unsere Kontermutter hier so lange weiter drehen, bis wir hier einen Abstand von circa ein, zwei Millimeter noch haben. Am leichtesten funktioniert es übrigens, wenn ich mit einer Hand mal mein Türgitter etwas zusammendrücke, bis ich wirklich relativ bündig bin. Und dann kann ich mit der anderen Hand nämlich hier hinten auch schon meine entsprechende Kontermutter etwas weiter reinschrauben. Und danach einfach mal kontrollieren, ob wir das Ganze jetzt wirklich sauber öffnen können und ob es sich natürlich danach auch richtig schließt. Und falls war es, einfach noch dementsprechend etwas weiter spreizen. Mein Gitter hält von alleine schon relativ gut, doch ich würde auf jeden Fall mal noch mit einer Wasserwaage nachkontrollieren, dass das Ganze natürlich auch schön senkrecht eingebaut ist. Bei mir schaut es eh schon super aus und waagerecht müssen wir natürlich normalerweise nicht schauen, da das Ganze ja am Boden bzw. bei mir hier auf der ersten Stufe aufstehen sollte, dass es nochmal etwas stabiler ist. Wenn das Gitter bei dir so hält und nichts mehr verrutscht, dann kannst du normalerweise das Ganze auch schon lassen. Aber aus der Erfahrung heraus sage ich dir, dass du normalerweise auch so ein spezielles Gegenstück, was normalerweise auch immer mit dabei ist, noch am besten dahinter kleben sollte. Dass natürlich diese Halterung hier hinten sich auch auf gar keinen Fall mehr irgendwie daraus bewegen kann. Hierfür müssen wir uns nur die richtige Position mal markieren, weswegen ich hier so einen halben Kreis darum anzeichne. Mache mein Gitter noch einmal ab. Reinige die Stelle, dass sie staub- und fettfrei ist. Schaue natürlich, dass ich meine Markierung nicht entferne. Ziehe den Schutz von meiner Klebefläche runter, gebe das Ganze danach auf meine Halterung natürlich richtig rum drauf. Und dann kann ich nämlich auch da schon den Schutz einmal ganz einfach entfernen. Danach an die benötigte Stelle kleben und hierbei natürlich auf unsere Markierung achten. Und zum Schluss können wir das Gitter wieder in die entsprechenden Halterungen geben und natürlich wieder festklemmen. Und somit haben wir ein Treppenschutzgitter ohne Bohren auch schon richtig montiert. Wenn du dir für zu Hause so ein Treppenschutzgitter, eine Verlängerung oder natürlich auch Ersatzteile dafür zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.